Der Markt ist tiefrot, eine erste kleine Korrektur bahnt sich auf jeden Fall an und einige Aktien haben auch schon ein ganzes bisschen verloren. Das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich Apple, die seit Tagen abverkauft werden. Die standen schon bei 118 Euro, sind jetzt mittlerweile wieder so bei ungefähr 100 Euro, also haben schon ganz schön was verloren. Gibt es natürlich auch andere, die noch nicht so viel verloren haben. Das heißt, es wird Zeit, wieder tief in die Aktienanalysen und Geschäftsberichte einzusteigen. Den widme ich auch meine ganze Zeit, soweit dieses Video aufgenommen ist. Das heißt, in den nächsten Tagen kommen da eventuell ein, zwei Aktienanalysen auf euch zu. Genauso wie ab nächster Woche kommen dann Daily Videos. Aber heute wollen wir uns nochmal mit einem 13F-Filing beschäftigen. Beziehungsweise insbesondere mit Michael Burry, dem bekannten Investor aus The Big Short, der 2008 gegen den Häusermarkt gewettet hat und jetzt eben auch seit 2019 3 Millionen GameStop-Aktien gehalten hat. Die haben über den gesamten Zeitraum fast einen zweistelligen Prozentsatz seines Portfolios ausgemacht, wo sich viele schon gefragt haben, ob er der neue Super-Duper-Investor ist und ob er das alles hat vorherkommen sehen. Heute wollen wir uns mal anschauen, was er wirklich mit den Aktien gemacht hat und wie das Ganze aus seiner Sicht verlaufen ist. Wer die letzte Zeit im Koma lag und vielleicht gerade aufgewacht ist und die ganze Sache mit GameStop nicht mitbekommen hat, GameStop ist im Einzelhandel tätig und verkauft physische Exemplare von jeglichen Gaming-Artikeln, unter anderem aber auch Konsolen. Michael Burry ist dafür bekannt, in Unternehmen zu investieren, die eigentlich keine Zukunft mehr haben und ein Geschäftsmodell, was völlig überaltet ist. Und häufig sieht er in diesen Unternehmen aber noch einen deutlich höheren Wert, als das Unternehmen eben an der Börse gehandelt wird. Dieses Potenzial hat er auch bei GameStop gesehen, denn beispielsweise die PlayStation 5 hat noch ein Laufwerk eingebaut. Das heißt, es werden weiterhin physische Kopien von Computerspielen existieren und es wird auf jeden Fall nicht in den nächsten fünf Jahren alles auf digitale Produkte umgestellt werden in der Gaming-Industrie. Des Weiteren stand mit der PS5 ein Konsolenjahr an, wovon auch GameStop natürlich ein kleines bisschen profitiert. Zusammengefasst, das Geschäftsmodell läuft auf jeden Fall noch ein wenig weiter und wirft Gewinne ab, als wie es viele erwartet haben und dieses Potenzial hat Michael Burry gesehen und 2019 schon in die Aktie investiert. In den 13F-Filings sehen wir immer nur, in welchem Quartal er die Aktie entweder eingekauft oder verkauft hat. Wir wissen nicht genau, zu welchem Preis er das getan hat. Allerdings können wir den Durchschnittspreis bzw. die Preisspanne über das gesamte Quartal hin nachträglich nachschauen. Das heißt, ich werde immer dazu die Preisspanne nennen, in der er die Aktie eingekauft oder verkauft hat. In Q3 2019 kauft er sich also erstmals in die GameStop-Aktie ein. Er kauft drei Millionen Aktien. Die kauft er ein zwischen 3,30 Dollar und 5,50 Dollar. In Q4 wird er dann schon wieder 650.000 Aktien los, irgendwo zwischen 5,40 Dollar und 6,70 Dollar. Das heißt, da hat er auf jeden Fall schon mal ein bisschen Gewinne mitgenommen. In Q1 2020 fällt die Aktie wieder und er kauft die 650.000 Aktien wieder zurück, irgendwo zwischen 2,80 Dollar und 5,90 Dollar. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hat er wieder drei Millionen Aktien und auf jeden Fall schon einen kleinen Profit gemacht. In Q2 2020 sinkt der Preis jedoch weiter und er verkauft 250.000 Aktien, irgendwo zwischen 2,80 Dollar und 4,30 Dollar. Danach läuft es jedoch deutlich besser und die GameStop-Aktie kann schon einen deutlichen Anstieg verzeichnen. In Q3 2020. Da wird er nämlich auch ein bisschen über eine Million GameStop-Aktien los, also etwa ein Drittel von denen, den er vorher gehalten hat, irgendwo zwischen 4 und 10 Dollar. Das heißt, da hat er auf jeden Fall schon einen guten Profit erwirtschaftet. Wer jetzt aber gut aufgepasst hat, sieht, dass er zu diesem Zeitpunkt immer noch 1,7 Millionen GameStop-Aktien hält. Und wir kommen gleich zum vierten Quartal 2020, also des letzten Jahres. Jetzt wissen wir, dass die 13F-Filings immer erst 45 Tage danach veröffentlicht werden, nachdem das Quartal abgeschlossen ist. Das heißt, während das Ganze mit GameStop passiert ist, waren diese 13F-Filings noch nicht veröffentlicht und wir wussten noch gar nicht, ob Warren Buffett die Aktie verkauft hat oder ob er sie immer noch gehalten hat. Jetzt sind die 13F-Filings aber endlich rausgekommen und wir können sehen, was er mit diesen 1,7 Millionen GameStop-Aktien im vierten Quartal des letzten Jahres gemacht hat. Er hat nämlich alle 1,7 Millionen 3.400 GameStop-Aktien hier noch gehalten hat, verkauft. Irgendwo zwischen 10 und 20 Dollar. Das ist natürlich der Albtraum eines jeden Investors. Er war durch Zufall eigentlich in dieser Aktie drin, weil er was in ihr gesehen hat, was niemand anderes gesehen hat und er hatte eigentlich mit diesem ganzen Short-Squeeze nichts zu tun. Nochmal für alle, die eben die letzten Monate im Koma lagen und gerade aufgewacht sind. Zwischenzeitlich wurden 140% der Outstanding Shares von GameStop in Short-Position gehalten. Also 140% der frei verfügbaren Aktien. Wie kann das sein? Weil ich meine, eigentlich gibt es ja nicht mehr als 100%. Viele dieser Short-Positionen waren gehebelt und somit kamen wir auf zwischenzeitlich eine Zahl von 140%. Das hat die Aktie neben vielen weiteren Faktoren, die da alle zusammengekommen sind, eben sehr attraktiv gemacht für einen potenziellen Short-Squeeze. Denn auf Reddit haben sich dann eine ganze Menge Leute zusammengeschlossen und haben gemeinsam diesen Short-Squeeze ausgelöst, indem sie die GameStop-Aktien gekauft haben. Was ist passiert? Die gehebelten Short-Positionen mussten gecovert werden. Also die Leute, die die Aktie eigentlich geshortet haben, mussten sich dann in die Aktie einkaufen, weil der Kurs angestiegen ist. Und somit ist der Kurs dann noch weiter angestiegen und das hat sich alles potenziert. Und dadurch kommt es dann zu so einem riesigen Spike, der auf dem Chart zu sehen ist. Was die Aktie dann auf einen All-Time-High-Closing-Price von 347$ gebracht hat. Was natürlich unglaublich ist, wenn man sich überlegt, dass Michael Burry die Aktie 2019 noch für irgendwas zwischen 3,30$ und 5,50$ eingekauft hat. Und zwar 3 Millionen Stück. Er verpasst hier also einen Profit von fast 600 Millionen Dollar und das wäre ein Kursanstieg von 1600%. Man kann natürlich davon ausgehen, dass er nicht genau am Hochpunkt verkauft hätte, sondern wahrscheinlich irgendwo zwischen 80 und 100 Dollar. Aber selbst da wäre er natürlich mit einem viel, viel größeren Profit rausgegangen. Und ich kann mir vorstellen, auch wenn der Herr Michael Burry finanziell in einer ganz guten Lage ist in seinem Leben, dass er daran ordentlich zu knabbern hat. Das erklärt dann nämlich auch so ein bisschen seine Tweets, denn während alle gedacht hätten, er würde immer noch die GameStop-Aktien halten und er sollte sich eigentlich zurücklehnen und die Gewinne genießen, hat er ordentlich dagegen gewettert, was da eigentlich passiert. Und das Ganze erklärt sich jetzt auch, denn er war in der Position nicht mehr drin. Das heißt, er hat gar nicht von diesem ganzen GameStop-Short-Squeeze profitiert. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, dass er sich im ersten Quartal jetzt von 2021 wieder in die Aktie eingekauft hat. Doch davon ist nicht so wirklich auszugehen, denn er hat ja auch eine Verantwortung gegenüber allen, die in seinem Investmentfonds investiert sind. Und die Aktie ist, nachdem er sie verkauft hat, nur noch gestiegen. Da gab es nicht wirklich eine klare Einstiegsgelegenheit, die er jetzt nochmal genutzt hätte, weil er ja auch basierend auf den fundamentalen Daten investiert. Also gab es da für ihn nicht mehr so wirklich eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er aufgrund des ganzen Hypes investiert hat. Davon ist wirklich nicht auszugehen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und in jedem Quartal, also immer aus den drei Monaten, den Durchschnittspreis der GameStop-Aktie berechnet. Und das Ganze dann damit verrechnet, wie viele Aktien er jeweils eingekauft oder verkauft hat. Und dann kommt man auf einen Gewinn insgesamt, den er mit GameStop gemacht hat, von 21,5 Millionen US-Dollar. Was ja auch schon nicht verkehrt ist. Kann man sich auch drüber freuen. Aber ich fand, das war einfach nur eine sehr interessante Story und klärt so ein bisschen das auf, was sich viele gefragt haben. Weil Michael Burry ja da schon des Häufigeren mal genannt wurde auf Twitter als einer, der vielleicht damit selber was zu tun hat. Und eventuell auch undercover in den ganzen Reddit-Foren unterwegs ist. Ist er wahrscheinlich nicht, denn er war nicht dabei. Das war es aber auch mit dem kleinen Spaß-Video. Jetzt, wo in den Märkten wieder richtig Bewegung ist, wird es wieder interessant. Eventuell gehen wir noch weitere 13F-Filings durch und Portfolios von bekannten Investoren. Bill Gates' Portfolio könnte man zum Beispiel durchgehen. Das von Bill Eggman und noch ein paar weiteren. Ansonsten aber, wenn interessante Sachen auf dem Markt passieren, werden wir uns wahrscheinlich erstmal damit beschäftigen. Das war es von diesem Video. Ab nächster Woche Daily Content. Also lasst gerne ein Abo da. Würde mir sehr viel weiterhelfen. Und euch hoffentlich auch. Wir sehen uns. Reingehauen. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Vielen Dank.